So, wir machen heute den letzten Boss hier aus Uldir. Wir sind immer noch im Herz der Verderbnis und müssen nur noch Goon killen. Ich bin hier durch. Ihr werdet die Ersten sein, die mein Beschenkarche. Ihr werdet meine Seuche verbreiten, bis ein riesiger, spärender Abszess die Welt bedeckt. Aha. Was ist das? Methan. So, wir können jetzt schon mal den Trash wegmachen. Ach, das hier ist Goon. Okay. Alles da. Ein Tintenfischmaul. So. Wahrscheinlich müssen wir erstmal den Trash machen. Ich weiß nicht, müssen wir hier oben auch den Trash machen. Ich habe keine Ahnung. Äh, wir gucken mal kurz. Ähm, Goon. Äh, Zusammenfassung. Platziert Energiematrizen, um eine Neuerschaffungsexplosion auszulösen. Blutschmaus kann eure Stapel von Eiterblut zurücksetzen. Dreht euch von Goon weg, wenn er Goons Blick einsetzt. Okay. Ich glaube, wir waren nicht die einzigen, die noch nie hier drin waren. So, wir sind vollständig. Komm. Was, Kugeln müssen den Gang lang getragen werden. Ach, das sind, glaube ich, die gleichen Dinger wie oben. Na, kommt. Movement Chars. Drei Kugeln müssen am Ende ankommen für eine Phase. Okay. 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 Ja, Leute, wie wär's mal? Hallo. Paladin und Paladin und Tschüss. So, jetzt mach, komm. Wir hängen jetzt schon fünf Minuten hier und keiner will hier pullen. Pool. Pool. Geht's los. Halbots. Ja. 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 du keine ahnung 1076 oder 1077 sein wir werden dann den boss besiegt haben wenn wir irgendwann in folge 1200 sind er kommt dann gehe runter auf dann gehe ich hoch er geht runter und tank ja gruppen stehen ich habe keine ahnung was machen muss aber gruppen stehen können wir anfangen ja mach hin ja 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 Achtung, eine neue Energiematrix ist verfügbar. So, die kämpfen die ganze Zeit da unten. So, die kämpfen die ganze Zeit. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR wir bleiben hier oben und hauen die ganze zeit da drauf ich bin außer reichweite 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 das ist das ist wenn wir jetzt mit runter schaden machen ich habe keine ahnung ich bin außer reichweite so jetzt kommt er raus und wir dürfen jetzt nein wir müssen doch wieder hoch eine neue energie matrix kann eingesammelt werden also der job hier oben ist ja ein Auch wenn man nicht wirklich was vom Boss sieht, das macht nichts. Der Hunger verzehrt euch, wenn eure Schreie werden ewig wieder fallen. Schatten gesperrt, was soll denn die Kacke? Äh, wieviel Leben hat der denn? Wie kann ich denn Blutschmaus läutern? Nein. Oh, ich hab's nicht mehr in die Mitte geschafft. Ja komm, 16 Millionen schafft ihr noch. Ja, hier waren überall diese Spinnennetze auf dem Boden, dadurch keine Chance mehr gehabt. Geht zu euren Verbindeten, teilt mein Geschenk mit ihnen. 14 Millionen. Ich glaub nicht, dass das noch was wird. Und eure Schreie werden ewig wieder fallen. Und eure Schreie werden... Die Titanen können euch nicht raten. Ja kommt, lasst euch sterben. So, tot. Nächster. Komm, tot. Zwei Stück noch. Einer noch. So, sehr schön. Äh, wo sind wir denn jetzt hier? Ah ja. Ja, das ist so unübersichtlich hier. Das haben sie etwas blöd gemacht. Bäh, toll. Das ist zu weit entfernt. Also, nächster Versuch. Da kommt noch ein Magier. Ja, komm her, auf. Was? Was soll du die Kacke denn jetzt? Ja. 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 So, ihr könnt jetzt direkt pullen. Untertitelung des ZDF, 2020 So, Pullen, alle bereit, los. Auf. Leute, wir sind jetzt schon seit 20 Minuten hier drin. Trudi. Auf Trudi. So. Die Infektion hat begonnen. Eine Energiematrix ist bereit zum Einsammeln. Aber nicht bei uns. Die Infektion hat begonnen. Die Infektion hat begonnen. Die Infektion hat begonnen. So, die Brut neben Augen tanken. Ja, wir sehen ja jetzt leider nicht großartig, was vom Bosskampf ist. Ist halt etwas blöd, aber... Was wollen wir machen? Ausgriff. So, das ist das ist das, was wir sehen uns doch immer noch. Das ist das, was wir sehen uns doch wohl. Das ist das. Das ist das. wir können jetzt schon hier runter und können mit schaden so wenn die anfangs fertig sind kommt wieder dieser strahl in der mitte es ist zu weit entfernt ich bin außer reichweiter Ich muss näher ran. Eine Energiepatrix ist bereit zum einsammeln. So, wir müssen jetzt wieder hier warten. Achtung! Eine neue Energiematrix ist verfügbar. Jetzt geht's zu eurem Verbindeten. Teilt mein Geschenk mit ihnen. Nein. Boah. Ich bin Heilung. Wie kann ich denn Blutschmaus einbauen? Was war denn das jetzt? Ah. Tja, ich würde sagen, das war's schon wieder. Oh, wir sind jetzt schon bei 27 Minuten. Minuten. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Neue Freunde, tank nun. Einen neuen Meister. Neue Freunde, tank nun. Also nochmal letzter Versuch. Wir haben jetzt schon zwei Vibes hinter uns. So langsam. Habe ich keine Lust mehr. Ja, wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann mache ich es die nächsten Tage, wenn ich wieder Zeit haben sollte. Das ist eh die letzte Folge von dem Raid. So, was ist denn abgehauen? Und zwei Heider sind abgehauen. Noch hier mal abgehauen. Hier. Äh. Noch mehr die abhauen. Moment. Ich brauche noch jemanden für rechts oben. Der von eben ist abgehauen. Und der andere für links ist glaube ich auch abgehauen. Nee, der ist noch da. Aber die resten können. Da ist nicht im Moment. Also, ein Problem. Also, was wir. Du bist nicht im Moment. Ja, das war ja. Und das war ja. Ich glaub, dass du noch nicht bist. Und jetzt wurde das sehr gut. Und dann wurde es noch nicht ausgefahrt. Na komm, einer wenigstens. Ich bin aber kein Todesritter. Nee, DH-Dämonenjäger. Rechts fehlt noch einer. Da kommt ein Krieger. Nit-Hahn. KP ist normalerweise kein Plan. Ich weiß nicht, ob der nach vorne jumpen kann. Die Infektion hat begonnen. Das ist zu weit entfernt. Eine Energiematrix ist bereit zum Einsammeln. Das ist zu weit entfernt. Wenn ich da gar nicht. Ich bin da gar nicht, warum ich da nicht erinnern könnte. Die Infektion wird momentan, die vor der dauerung fünft. Und, warum kann das noch nicht so sein? Kann ich das auch nicht weitergehen? Ich bin da nicht viel mehr. Ich bin da nicht dafür. Aber... Sondern wir key in die Infektion hat. Ich bin da nicht mehr. Was ist das? Das war's für heute. So, wir haben unsere Energiematrix abgegeben. Wir können jetzt hier Schaden machen. Das war's für heute. Also hier machen wir eine Menge mehr Schaden, wenn wir drin stehen. Ah, der wird geheilt. So, wir gehen jetzt wieder hoch. So, wir können der Infektion nicht entkommen. Eine neue Energiematrix kann eingesammelt werden. Wo ist mein Krieger? Wo ist mein Krieger? Wo ist mein Krieger? Eine Energiematrix ist bereit zum einsammeln. Ich bin außerreichbar. Ich bin außerreichbar. Eine Energiematrix ist bereit zum Einsammeln. So, ich hoffe mal, das klappt jetzt. Entschuldigung, dass ich so ruhig war die ganze Zeit, aber... Ja, wir machen jetzt ein bisschen mehr Schaden. Boah, Alter, Schwede, ein bisschen mehr ist gut. So, jetzt leben noch fast alle. Das müsste jetzt klappen. Hoffe ich mal. 12 Millionen noch, mach hinne. Na, komm. Fühlt ihr den Stich in eurem Nacken? Fühlt ihr meine Kielwalt? Und eure Schreie würden ewig wieder fallen. Ich brauche Heidlo. So, auf Leute, er hat noch 4 Millionen. Und wir müssen unbedingt reparieren. Auf 2... 1... Eine Million noch, diesmal schauen wir es. Und das war's. Gott sei Dank. Was hat er denn? Nö, nö, nö. Was? Schmuck. Was hat er denn? Was hat er denn? Stab. Nö, nö, nö. Was? Schmuck. Der Boss. Der Boss. Und ich hab keine Ahnung mit, was es morgen weitergeht. Das werden wir dann sehen. Das werden wir dann sehen. Ich muss jetzt erst mal reparieren. Ich muss jetzt erst mal, ähm, dann noch die anderen Innies machen. Also hier die ersten 4 Bosse fehlen noch. Und morgen machen wir dann weiter. Keine Ahnung mit was. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.